Herzlich Willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern nach den Verlusten von Montag lange eine klare Richtung gesucht. Zeitweise stieg er bis auf 15.300 Punkte, zeitweise rutschte der DAX allerdings unter 15.100 Zähler. Am Ende lag er bei 15.216 Punkten, das ist ein Plus von fast 0,6 Prozent. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, der große und erhoffte Turnaround Tuesday ist dann doch ausgeblieben. Was bringt denn der heutige Mittwoch? Hallo aus Frankfurt. Es war ja immerhin ein kleiner Turnaround Tuesday. Aber immerhin, der Mittwoch sieht danach aus, als würden wir auch halbwegs stabil in den Tag starten. Darüber freut man sich ja inzwischen schon fast. Die große Frage ist eben, das Thema Corona war ja wieder zurückgekommen Anfang der Woche und hatte eben hier für eine gewisse Zurückhaltung, für eine Furcht unter den Anlegern gesorgt, weil man sich eben fragt, wird der Konjunkturaufschwung dadurch jetzt dann vielleicht schon wieder abgewürgt. Aber da hatten gerade in den USA auch Experten sich dann doch eher wieder beruhigender geäußert und gesagt, so nach dem Motto, so heftig wird es dann nicht werden, dass man quasi den Konjunkturaufschwung durch Corona direkt wieder durch eine weitere Welle abwürgt. Also dementsprechend ging es auch an der Wall Street deutlicher aufwärts gestern für den DAO um 1,6 Prozent. Und etwas von dieser guten Stimmung hat dann eben auch dem DAX letztlich wieder auf die Beine geholfen. Und das dürfte sich auch heute ein bisschen weiter fortsetzen. Wir sehen heute Morgen in Asien zwar ein leicht gemischtes Bild, aber die grünen Vorzeichen, die überwiegen dennoch. Also das heißt, die Panik, die wir am Anfang der Woche gesehen hatten, die ist aus den Märkten wieder ein wenig raus. Man guckt natürlich weiter auf die Berichtssaison. Die ist ja in den USA munter weitergegangen. Auch heute wird da noch einiges kommen, zum Beispiel aus den USA. Zahlen von Texas Instruments, Johnson & Johnson legen auch noch Zahlen vor. Und bei uns gab es heute Morgen schon die Zahlen von SAP und die detaillierten Zahlen von Daimler. Da hatte man ja schon Eckdaten gesehen. Also da haben wir auch einiges, was dann bei den Einzelwerten auf jeden Fall zu verarbeiten ist. Im Moment rechnen wir beim DAX mit einem leicht freundlichen Start. Vielen Dank, Viola. Ja, so war dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Sixt. Sixt hat gestern überzeugende Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Für die Aktie ging es daraufhin um fast 5% nach oben. Aus technischer Sicht bietet sich jetzt die Chance auf eine deutlichere Erholungsbewegung. Seit Ende Mai hatte das Papier kräftig abgegeben. Anleger sollten auf der Oberseite zwei potenzielle Zielzonen ins Visier nehmen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von ADS Daily TV. Vielen Dank für Interesse und bis morgen. Das war die Aktie.